Hallo und herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Niki Ochsenhofer von RE-MAX. Freut mich, dass ihr wieder mal vorbeischaut. Ich bin stolz darauf, euch heute eine wirklich wunderschöne Wohnung im 7. Bezirk in Wien in der Zieglergasse präsentieren zu dürfen. Die Zieglergasse werden sie kennen, auch deswegen, weil im vergangenen Sommer 2019 die Zieglergasse zu einer klimaoptimierten Straße gemacht wurde. Es sind Kühlbögen installiert worden. Es wird viel mehr Platz geschaffen für Bäume. Alle diese Maßnahmen sollen wirklich dazu beitragen, dass das Klima direkt auf der Straße um einige Grad angenehmer gestaltet wird. Das ist ein Pilotprojekt. Als nächstes, wie ist jetzt dann die Neubaugasse dran. Also wirklich ein tolles Projekt. Überzeugen Sie sich auch selbst davon. Die Wohnung selbst hier in der Zieglergasse hat, wir sind im Dachgeschoss, wie Sie natürlich erkennen können. Wir haben über 120 Quadratmeter. Die Wohnung ist neu hergerichtet. Nicht ganz ein Erstbezug, aber neu adaptiert. Überzeugen Sie sich selbst von diesem wirklich unglaublich Angebot mit riesiger Dachterrasse, wo man seinen Blick schmeifen lassen kann. Wirklich fein. Überzeugen Sie sich von einer Besichtigung. Sie wissen, wie Sie mich erreichen. Euer Nicky Ochsenhofer von Remax. Bis bald und ciao. End deine Merlinshaped. Bis bald. Ende. Tag. liking 販 emp Bis zum nächsten Mal.